Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Battlefield. Einen Spaß Leute wir spielen Call of Duty 2 Call of Duty Black Ops 2 Online Multiplayer Ich dachte das ist ein Gegner Wie kann der durch die Mauer schießen? Willst du mich verarschen? Ich schießt er bitte durch die Mauer. Alter wo sind die die ganze Zeit? Das gibt es nicht man. Boah. Die gehen mir so richtig auf den Sack. Ich geb denen Headshot die sterben nicht. Das kann nur eins bedeuten. Hacker 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 Hacker. Alle. Diese Pissermann. Die haben keine Mutter. Ich spiel's gleich nicht mehr man. Manchmal bin ich so gut und jetzt auf einmal so schlecht das geht nicht. Den hab ich da gesehen. Da. Das ist dein Ernst Killer assist. Ich bin tot. Oh. Hä? Wo ist der? Lol. Der war doch die ganze Zeit da drin. Mann. Jetzt weiß es aber. Mann. Jetzt weiß es aber. Oh Mann ey. Ey. Boah. Was soll das man? Was? Ich. Ja. Das geht nicht mal. Ey. Das geht nicht Mann. Ey. Die werden mir nicht mal auf die Karte angezeigt. Mann! Leck mich am Arsch! Der hat keine Mutter, ey. Du kannst mich so am Arsch lecken. Ja, das war klar, Mann! Leck mich! Was haben die eigentlich für Granaten? Meine, da steht, dass das eine Annäherungsmine ist. Also Kontaktgranate. Wow, was passiert? Keiner läuft hin, nicht mal ein Teammitglied. Und, ja, die explodiert. Das geht mir so auf den Sack. Das sind so ein Granat, ey. Wow, was ist denn hier? ich hab doch stumm geschaltet da gibt es noch ich hasse diese ich hasse die so sehr meine kameragrafik ist ekelhaft meine kameragrafik ist ekelhaft jetzt wird sie besser ich wusste dass da einer steht Leute ich muss mehr üben in der haben wir viele merken was leute wie können die mich hinter der mauer töten hä tut mir leid wenn ich manchmal nichts rede aber da bin ich konzentriert und dank dem kilian mein freund in der schule kann ich das das ist so geil was ich hab den zu in die fresse geschossen so 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 das war sogar headshot so 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 Ähm, na gut Leute, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal.